Die Deutsche Bahn baut in Cottbus das modernste und umweltfreundlichste Bahn-Instandhaltungswerk in Europa. Bis zum Jahr 2026 werden 1200 neue Industriearbeitsplätze und 100 Ausbildungsplätze entstehen. Das Werk ist das erste große Vorhaben, das auf Basis des Strukturstärkungsgesetzes des Bundes finanziert wird. Unter dem Motto, die Kohle geht, die Bahn kommt, wurde der Plan für die Lausitz am vergangenen Donnerstag offiziell vorgestellt. Präsentiert wurde das Vorhaben unter anderem vom Bundesminister der Finanzen Olaf Scholz, dem Verkehrsminister Andreas Scheuer, Ronald Pofalla, Vorstand Infrastruktur der Deutschen Bahn und Professor Sabina Jeschke, Vorstand Digitalisierung und Technik. Außerdem waren die Ministerpräsidenten von Brandenburg und des Freistaates Sachsen, Dr. Dietmar Woidke und Michael Kretschmer zu Gast. Mit Baubeginn 2023 entstehen am Standort des heutigen Bahnwerkes Cottbus eine neue ICE-Halle für die schwere Instandhaltung von Elektrotriebzügen, eine Halle für die Umrüstung von Dieselfahrzeugen auf Hybridtechnik mit Elektroantrieb sowie ein Technologiezentrum zur Hybridforschung und moderne Lehrwerkstätten. Die Braunkohle geht und die Bahn kommt. Durch den Braunkohleausstieg, den die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag beschlossen haben, spätestens 2038, wahrscheinlich sogar früher, wird Schluss sein, wird die Lausitz-Arbeitsplätze verlieren. Und wir wollen jetzt ein Zeichen setzen als Deutsche Bahn. Wir wollen jetzt bis 2026 bereits 1200 neue zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Beide Ansiedlungen, sowohl die von Tesla als auch die der Deutschen Bahn, sind technologische Elfenbeintörme. Wir werden in Cottbus das digitalste Instandhaltungswerk in Europa bauen und damit einen Quantensprung vollziehen bei der schweren Instandhaltung in unserem System. Und wir sind damit Vorbereiter einer systemischen, digitalen Instandhaltung in Deutschland. In Cottbus soll das neue Werk dann auch in sechs Jahren den Betrieb aufnehmen. Außerdem zählt ebenso der Ausbau der Schieneninfrastruktur in der Lausitz zu einer wichtigen Säule des Bahn-Engagements. Von Cottbus aus soll die Strecke Richtung Görlitz elektrifiziert und zweigleisig auf 160 oder 200 Kilometer pro Stunde ausgebaut werden. Die Strecke nach Dresden soll auf 160 Kilometer pro Stunde ausgebaut und teilweise zweigleisig werden. Die entstehenden Verbesserungen sollen Cottbus und die Lausitz mit den umliegenden Regionen verbinden und die Basis für einen wirtschaftlichen Aufschwung geben.